Hallo und herzlich willkommen zur Wilds of Eldraine Spoilershow Nummer 1. Am Dienstag war ja bereits die Debütshow zum neuen Set und wir haben einiges über Eldraine erfahren. Unter anderem alle Mechaniken, die im Set vorkommen werden. Wir haben ein bisschen was über die Story erfahren, was es mit dem Wicked Slumber auf sich hat. Und das Ganze wird natürlich in so einer Previewshow, in so einer Debütshow mit Spoilern untermalt. Und deshalb will ich euch auch heute einige neue Karten vorstellen aus dem Set. Wir fangen an mit den Basic Lens. Es gibt wieder Full Art Basics in einem bestimmten Style. Dann möchte ich euch gerne alle vorkommenden Styles vorstellen. Es gibt wieder so einen besonderen Frame natürlich, einen Showcase Frame. Es gibt vielleicht ein neues Foiling. Wir haben vielleicht so Anime Arts, Enchanted Tales. Also da sind so ganz, ganz viele neue Sachen mit dabei. Dann will ich euch natürlich die Mechaniken vorstellen. Also was erwartet uns eigentlich im Limited und regeltechnisch aus dem neuen Set Wilds of Eldraine. Wir haben auch ein paar sehr coole Cycles dabei, tolle Mythics. Und ganz zum Schluss möchte ich euch natürlich noch die Constructed-relevanten Karten vorstellen, die, naja, sagen wir mal, bis Mittwochabend gespoilt wurden. Und zu guter Letzt natürlich auch noch ein paar witzige Karten. Denn Wilds of Eldraine bzw. die Eldraine-Welt wäre nichts, wenn nicht auch ein paar Meme-Karten dabei wären. Wir fangen direkt an mit den Basic Lands. Vielleicht nicht für jeden was. Sind so ein bisschen gruselig, märchenwaldtechnisch angehaucht. Ich persönlich finde sie ganz okay. Mein absoluter Top-Favorit bleibt allerdings, oder bleiben allerdings die Ukiyo-E-Lands aus Kamigawa. Trotzdem will ich euch hier mal kurz die Full Arts aus Eldraine vorstellen. Hier haben wir den Mountain. Dann haben wir noch einen sehr, sehr, sehr gruseligen Swamp mit vielleicht so einem kleinen Hexenhäuschen angedeutet im Hintergrund. Wir haben das Island und wir haben die Plains. Und natürlich, wie vorhin schon angekündigt, auch hier jetzt, es gibt wieder ein Showcase-Frame. Und hier greife ich schon ein bisschen vor, was die Mechaniken angeht. Wir haben wieder den Adventure-Frame. Wilds of Eldraine oder Eldraine an sich könnte man sich auch überhaupt nicht vorstellen, wenn nicht die Adventure-Mechanik zurückkehren würde. Sie kommt natürlich wieder zurück mit diesem Showcase-Frame, der, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch der erste dieser Art war. Ich glaube, mit Throne of Eldraine hat man eben diese Art von neuen Border eingeführt für die speziellen Karten oder für die neuen Mechaniken im Set. Es gibt außerdem noch Confetti-Foils. Ja, Confetti-Foils kann ich jetzt hier so recht schlecht darstellen. Da solltet ihr vielleicht einfach mal googeln, Wilds of Eldraine Confetti-Foils. Dann gibt es auch so ein paar animierte Videos dazu, wie das aussieht. Sieht so ein bisschen sprinklier aus. Also wie man sich Confetti halt vorstellt. Nicht so ein durchgehender Schimmer, sondern halt mit so einzelnen Lichtpunkten, die immer reflektieren, wie Confetti das halt so macht. Zu guter Letzt gibt es auch wieder ein Bonus-Sheet. Und zwar die Enchanted Tales. So wie es in Brothers War, sagen wir mal, ikonische Artefakte gab, wird es in Wilds of Eldraine in jedem Booster, auch in jedem Draft-Booster, mindestens ein Enchanted Tales, beziehungsweise genau ein Enchanted Tales Enchantment geben. Das sind Enchantments, das sind alles Reprints. Das sind keine neuen Karten. Die haben eben diesen besonderen Frame. Die sind farblich unterschiedlich vom Frame her und das sind sehr ikonische Enchantments aus der gesamten Geschichte von Magic. Ursprünglich habe ich ja gedacht, oh, das ist nicht ganz so schlimm wie in Brothers War. Denn Artefakte sind meist ein bisschen powerfuler als Enchantments. Enchantments sind meist so Build-Arounds. Und deshalb werden die das Limited jetzt nicht so wirklich, äh das Limited-Format nicht so wirklich schlimm warpen. Naja, ich will euch hier mal ein paar vorstellen. Rhystic Study zum einen, natürlich ein guter Reprint, was das Money angeht, ähm, ist nicht ganz so schlimm im Limited. Ich würde sagen, Doubling Season ist auch eher unwahrscheinlich, dass man davon profitiert, viele Tokens zu erzeugen. Wobei, da komme ich gleich nochmal in den Mechaniken dazu. Es gibt eine neue Art von Token und die könnte natürlich mit Doubling Season auch relevant werden. Blood Moon, relativ egal. Also wer im Limited mehr als zwei Non-Basic Lands spielt, ähm, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Blood Moon irgendwas reißen wird. Genauso wie Sneak Attack. Das sind alles tolle Reprints, das sind alles ikonische Karten. Ich mag die Arcworks dieser Enchanted Tales sehr, sehr gerne. Die haben auch noch einen kleinen Twist, da komme ich zum Abschluss drauf. Äh, Necropotent sieht auch mega gut aus. Also bei dem Artwork kann man nichts sagen und die Auswahl ist auch eigentlich recht schön, ja, aber es gibt auch sowas wie Bitterblossom. Und jetzt mal ganz ehrlich, also Bitterblossom, natürlich, das passt super in das Set. Wir sind in Eldraine, wir haben Feen ohne Ende, wir haben Feenlord, sogar einer der Limited-Archetypen wird schwarz-blau Feen sein. Ja klar, das ist mega gut, aber ihr habt ein Bonus-Sheet, in jedem Draftbooster ist eine so eine Karte drin und dann kann man Bitterblossom aufmachen. Bitterblossom ist sowas von einfach eine total bastete Karte. Das stört mich schon wieder ein bisschen, das erhöht die Varianz im Limited-Spiel. Aber naja, ich meine, es ist halt, aber ich meine, der, der sie aufmacht, freut sich natürlich mega. Bitterblossom ist eine tolle Karte. Und hier, worauf ich noch eingehen wollte, ich glaube 20 von den 63 Enchanted Tales Enchantments gibt es auch im Anime-Style. Hier als Beispiel jetzt mal Smothering Tithe aufgeführt. Also ihr könnt sie eben in der normalen Art aufmachen, wie zugegeben, wie ihr hier bei denen sehen könnt, auch schon relativ cool aussieht und so einen eigenen Style hat. Aber 20 davon gibt es eben auch noch in diesem Anime-Style. Das sind so die Styles und ich sag mal so die verschiedenen Arten und Weisen, wie Karten in Wilds of Eldraine dargestellt werden. Jetzt kommen wir aber mal so ein bisschen zu den Mechaniken, jetzt kommen wir mal zum regeltechnischen. Und da habe ich ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen, es gibt wieder Adventures. Adventures kommen diesmal mit einem kleinen Twist, das werde ich auch nochmal darstellen. Für diejenigen, die Adventures vielleicht nicht kennen, Adventures sind sozusagen zwei Karten in einem. Wir sehen ja Besotted Knight, der hat eigentlich alles, was eine normale Karte braucht. Nämlich Namen, Mana Kosten, Power Toughness, Typzeile und fertig. Das sind vier Mana, drei drei Human Knight und der hat rechts sogar ein bisschen Flavortext stehen. Er hat allerdings auf der linken Seite des Buches noch eine Sorcery und zwar Betrothed the Beast. Eine Sorcery für ein Weißes ist ein Adventure. Create a Royal Role Token attached to target creature you control. Adventure bedeutet also, eine Adventure-Karte bedeutet einfach nur auf der linken Seite ist meist irgendwie ein Instant oder eine Sorcery, die man casten kann von der Hand. Und wenn man die Sorcery gewählt hat oder das Adventure gewählt hat, das kann auch ein Instant sein, dann geht diese Karte komplett von der Hand ins Exil und man kann dann aus dem Exil den rechten Teil der Karte casten. Es sind quasi zwei Spells in einem. Man kann sich natürlich auch aus der Hand direkt entscheiden, einfach den Besotted Knight zu casten. Dann ist es ein vier Mana, drei Dreier. Das kann man machen. Oder man entscheidet sich eben, das Adventure zu casten. Dann geht die Karte, sofern das Adventure resolved, ins Exil und man kann dann die rechte Seite casten. Sollte das Adventure nicht resolven, dann geht die Karte einfach komplett in den Graveyard, wie sie sonst auch gehen würde. Kleiner Twist hier. Ihr habt ja sowas gelesen vielleicht. Die aufmerksamen Zuhörer und Zuleser, Zuschauer haben wahrscheinlich gesehen. Create a Royal Role Token attached to target creature you control. Das ist eine neue Mechanik, die ich persönlich nicht so super elegant finde. Es gibt nämlich jetzt neue Token und zwar Role Token. Das sind Token Enchantments Aura Rolls. Und es kommen auch wieder so klassische Tokens in jedem Booster. Und die sind sozusagen zweiseitig. Ich habe hier mal beispielhaft einen dieser Token abgedruckt. Das ist einmal der Monster Roll oder die Monster Roll und einmal die Sorcerer Roll. Das ist jetzt nicht ganz so. Das Relevante ist, wenn eine Rolle erzeugt wird, dann wird sie an eine Kreatur angelegt wie eine Aura. Sie ist ein Enchantment. Sie triggert also Enchantment ETB-Effekte. Whenever an Enchantment enters the battlefield. Sie triggert permanent ETBs, also wenn ein permanent das Battlefield betritt. Sie zählt als permanent, sie zählt als Aura, sie zählt als Enchantment. Wichtig hierbei ist noch, eine Kreatur kann immer maximal eine Rolle von einem Spieler haben. Solltet ihr also beispielsweise eine Kreatur von euch mit der Monster Rolle Enchanten und ihr könntet dann noch die Sorcerer Rolle drauflegen, dann wird immer die ältere Rolle discardet. Also die wird dann in den Graveyard gelegt, beziehungsweise bei Token hören die natürlich auf zu existieren. Es kann immer nur eine Rolle pro Kontrolleur auf einer Kreatur sein. Es kann aber durchaus sein, dass ihr eine Kreatur habt mit einer Rolle von euch und einer Rolle vom Gegner. Es gibt nämlich nicht nur positive Rollen, es gibt auch negative Rollen. Wobei die Effekte, das ist das Schöne, die sind nicht zu kompliziert. Die meisten, wie ihr hier sehen könnt, machen sowas wie plus eins plus eins und haben noch einen kleinen Effekt. Plus eins plus eins Trample, plus eins plus eins Ward 1, plus eins plus eins whenever there's creature attacks, cry one. Das kann man sich relativ leicht merken, trotzdem insgesamt für mich ein bisschen eine unelegante Mechanik. Also Aura, Roll, Token, Enchantment, was triggert das, wann geht das in den Graveyard, warum kann man immer nur eine pro Kontrolleur haben. Trotzdem, das ist eine neue Mechanik, wir werden damit umgehen müssen und die ist tatsächlich noch relevant für eine weitere Mechanik, auf die ich gleich kommen möchte. Jetzt will ich euch aber nochmal kurz noch eine andere Karte vorstellen und zwar Living Lectern. Relativ uninteressanter Text, außer eins Sacrifice, Living Lectern, Draw a Card, create a Sorcerer Role Token, attach to up to one target creature you control, activate only as a Sorcery. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese Rollen erzeugt. Es wird Spells geben, die Rollen erzeugen. Es gibt ganze Limited Archetypen. Ich glaube, Grün-Weiß und Schwarz-Weiß sind so ein bisschen die, wir profitieren davon, wenn Enchantments in den Graveyard gehen oder wenn irgendwelche Enchantments geopfert werden. Limited Archetypen. Also von daher, Rollen werden eine große Rolle spielen. passen flavormäßig natürlich auch gut rein, weil dadurch, dass jetzt eben viele Leute in diesem, viele Wesen in diesem Wicked Slumber sind, müssen irgendwie viele Leute Double Duties machen und dann muss zum Beispiel vielleicht auch mal die Hexe die royale Rolle übernehmen oder dann muss vielleicht mal der 3-3 Holzfäller zu einem Monster werden oder so. Das passt natürlich irgendwie ganz gut rein. Mal gucken, wie sich spielt. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie elegant die Lösung ist. Es gibt auch negative Rollen, das hatte ich gerade schon erwähnt. Da will ich euch noch den Cursed Courtier vorstellen. Der ist 3x einer 3-3 Live Link, was an sich sehr, sehr gut wäre. Aber wenn er das Battlefield betritt, create a Cursed Roll Token attached to it. Und die Cursed Roll, das ist die einzige Negative, die sagt halt, die Kreatur hat Base Power und Toughness 1-1. Die muss man natürlich irgendwie loswerden. Also ihr könnt euch jetzt schon mal merken, wir wollen Rollen loswerden. Gibt es eine Mechanik, die das macht? Ja, erst noch mal kurz zu den Adventures. Wir hatten vorhin den Besotted Knight gesehen, der eine Rolle erstellt als Adventure und dann eine Kreatur ist. Das Spannende an den Adventures jetzt in der zweiten Iteration in Wides of Eldraine ist, dass wir Multicolor-Karten haben. Wir haben zum ersten Mal Adventure-Kosten, die eine andere Farbe haben als die eigentliche Karte. Das gab es im ersten Eldraine nicht. Bonecrusher Giant, Last Drug Beast und so weiter. All diese Karten, all deren Adventure hatten die gleiche Farbe wie die Hauptkarte. Jetzt gibt es zum ersten Mal Multicolor-Karten. Das ist sowohl fürs Constructed relevant, aber auch fürs Limited. Wenn man sich gerade vorstellt, jetzt, also Cruel Somnophage, ist die Karte gut genug, wenn man nur in einem schwarzen Deck ist? Oder kann man die nur spielen, wenn man schwarz-blau ist? Tablet die dann und so weiter? Kann man Multicolor-Adventure tablen, wenn man weiß, man ist der einzige Drafter in den Farben und so weiter? Sehr, sehr spannende Dynamik. Ich finde, das ist eine sehr natürliche Weiterentwicklung der Adventure-Mechanik. Gefällt mir hervorragend, muss ich sagen. Pluspunkt für Adventure sowieso. Und dass man jetzt eben diesen Color-Twist macht, finde ich auch hervorragend. Als nächste Mechanik möchte ich euch Bargain vorstellen. Bargain ist, wer hätte es gedacht, Kicker. Ja, also jede Mechanik ist eigentlich Kicker oder Horstmanship, aber ich will euch hier kurz vorstellen. Farcide Ritual, zwei Blau Blau für ein Instant Rare. Bargain, hier der Remindertext in Klammern. You may sacrifice an Artifact, Enchantment or Token as you cast this spell. Aha! So werden wir also unsere Cursed Rolls los. So werden wir grundsätzlich Rollen los. Denn Rollen sind Enchantments und gleichzeitig auch Tokens. Wir können sie also auf zwei Arten und Weisen in unsere Bargain-Spells reinpacken, damit die Bargain-Spells stärker werden. Hier als Beispiel. Farcide Ritual. Look at the top 4 cards of your library. If this spell was bargained, look at the top 8 cards of your library instead. Put two of them into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. Da muss man sich nicht großartig viel merken. Bargain ist eine relativ, ich sag mal, intuitive Mechanik. Wir können einfach mehr bezahlen, unsere Kosten von dem Spell erhöhen, indem wir was opfern und bekommen dann einfach einen stärkeren Effekt. Vielleicht werden Kreaturen stärker, wenn sie gebargained werden. Hier bei Farcide Ritual dürfen wir uns mehr Karten angucken, haben also eine größere Auswahl. Und wie gesagt, so eine Cursed Roll kann man auch ganz gerne mal in einen Bargain-Spell einfach reinopfern. Als letzte Mechanik möchte ich euch auch noch Celebration vorstellen. Auf dem Gallant Pie-Wielder 3-Mana-2-3-First-Strike, ein Dwarf Knight. Mit Celebration ist eigentlich nur, ist relativ egal. Celebration hat jetzt keine eigene Bedeutung, außer Gallant Pie-Wielder has double-strike as long as two or more non-land-permanent entered the battlefield under your control this turn. Celebration ist einfach nur eine Kurzversion von Wenn zwei non-land-permanents in einem Zug oder in diesem Zug unter deiner Kontrolle das Spielfeld betreten haben, bekommst du einen Bonus-Effekt oder bekommst du halt einfach den Celebration-Effekt. In dem Fall wird bei Gallant Pie-Wielder aus First-Strike Double-Strike, was schon eine ziemlich krasse Sache ist, muss man mal ganz klar sagen. Ich bin mal gespannt. Es gibt noch einige andere. Es gibt auch so die Boros-Farben sind die Celebration-Farben, sag ich mal, wenn wir jetzt über die Limited-Karten reden. Die Multi-Color-Boros-Karte kriegt zum Beispiel eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke, glaube ich. Also die ist 2-2-Haste und dann ist sie irgendwie 3-3-4-4 und so weiter. Zu den Limited-Archetypen komme ich natürlich in meiner Limited-Set-Review. Jetzt will ich euch einfach erstmal nur so einen groben Überblick über die interessantesten, spannendsten Karten aus Wides of Edrain geben, beziehungsweise über die Mechaniken. Mit den Mechaniken sind wir jetzt allerdings fertig. Dementsprechend kann ich jetzt auch einfach mit geilen Karten anfangen. Und allen voran natürlich Aschjörg, Wicked Manipulator, der einzige Planeswalker im Set. Hier sei nochmal aufgemerkt, es wird in den zukünftigen Sets höchstwahrscheinlich so sein, dass immer maximal ein Planeswalker pro Set da ist. Sie werden das so ein bisschen runterschrauben. Dadurch, dass man jetzt irgendwie über die Omen-Pathes, dass auch nicht nur Planeswalker zwischen den Welten wandern können, sehen wir jetzt auch Gastauftritte von zum Beispiel Kreaturentypen, die es eigentlich nur auf Raffnika gibt hier, also Vedalken oder sowas. Und dementsprechend wird Planeswalking, hat so ein bisschen an Bedeutung verloren. Und auch Planeswalker, viele Planeswalker haben ihren Spark verloren. Rowan und Will von Edrain zum Beispiel, die ursprünglich mal einen Spark hatten, haben jetzt keinen Spark mehr. Und deshalb gibt es jetzt auch nur noch ein Pro Set. Ich begrüße das eigentlich, denn ich persönlich finde, dass Planeswalker was ganz, ganz Besonderes darstellen sollten. Und je mehr Planeswalker in einem Set sind, desto häufiger sieht man sie, und desto häufiger sieht man sie auch im Limited, desto alltäglicher werden sie. Ja, zum Beispiel in War of the Sparks gab es dann, was weiß ich, 36 Planeswalker oder sowas im Set. Ich finde es ganz cool. Bin mal gespannt. Vielleicht denke ich mir am Ende wieder, ah, es wäre schon schön, wenn es wieder mehr Planeswalker geben würde. Aber jetzt bin ich erstmal sehr zufrieden mit der Designphilosophie, nur noch maximal ein pro Set zu haben. Möchte ich euch Ashiok vorstellen. Wicked Manipulator. 3 schwarz-schwarz für einen 5-Loyalty Legendary Planeswalker mit einem niceen Passive. If you would pay life while your library has at least that many cards in it, exile that many cards from the top of your library instead. Also wenn man Leben verlieren würde oder Leben bezahlen würde, dann verliert man das Leben nicht, sondern exile einfach Karten von seiner Library. Plus 1. Look at the top 2 cards of your library, exile one of them and put the other into your hand. Das ist besser als Draw a Card. Minus 2. Create two 1-1 Black Nightmare Creature Tokens with at the beginning of combat on your turn. If a card was put in to exile this turn, put a plus 1, plus 1 Counter on this creature. Das kriegen wir, glaube ich, ganz gut mit der Plus 1 Ability hin. Und das Ultimate, minus 7. Target Player exiles the top X cards of their library, where X is the total mana value of cards you own in exile. The total mana value. Nicht die Anzahl an Karten, sondern total mana value. Ich glaube, Ashiok, Wicked Manipulator, kann sehr, sehr, sehr gut sein. Insbesondere, wenn man anfängt, mit seiner Ability zu cheaten. Also wenn man zum Beispiel Lebenspunkte ausgeben kann, um Mana zu bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass Phyrexian Mana wiederkommt. Ich sage jetzt nicht sowas wie Channel oder so. Aber sicherlich kann man den irgendwie brechen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Planeswalker. Der ist ultra gut im Limited. Und ich finde, es ist ein sehr interessanter Design-Twist. Das ist einfach Ashiok für mich absolutes Homerun-Design. Talion the Kindly Lord ist, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. So der Chef gerade. Der hat zusammen mit drei Hexen irgendwie dafür gesorgt, dass die Phyrexianische Invasion gestoppt wurde. Eben durch diesen tiefen Schlaf, der sich über Eldraine gelegt hat. Und man sieht das auch an seinem Power-Level. Talion the Kindly Lord. Zwei blau-schwarz für ein 3-4. Der ist relativ gut. Vier Mana, drei, vier Flying ist gekauft. Sobald er einmal triggert und ich eine Karte gezogen habe und der Gegner zwei Leben verloren hat, naja, habe ich halt einen sehr, sehr guten Deal. Und der Punkt ist, dadurch, dass Mana-Value zählt, aber auch Power und Toughness zählt, werde ich den Gegner schon irgendwie dazu bringen, dass er mir eine Karte schenkt. Also wenn ich im Limited zum Beispiel 3 sage oder so, der kann ja jetzt nicht kein 3-Drop mehr spielen oder keine Kreatur mit Nicht-Power 3 oder Toughness 3 oder so oder 4 oder 2 oder was auch immer. Also man muss jetzt nicht unbedingt 10 sagen im Limited. Das macht wenig Sinn. Aber wenn man, ich sag mal, eine relativ elegante Wahl trifft, was die Zahl angeht, ich glaube, dann ist Talion ziemlich bastard. Feen werden auch mega unterstützt. Also nicht zuletzt für einen Feen-Commander-Deck ist der vielleicht ziemlich stark. Der wird natürlich auch immer besser, je mehr Gegner man hat, denn whenever an Opponent casts a Spell, also das heißt, das zählt für jeden Gegner, dementsprechend Talion eine sehr gute Commander-Karte, aber ziemlich sicher auch einfach Busted im Limited und vielleicht sogar was für die Feen im Constructed. Und er hat, wie gesagt, mit drei Hexen zusammengearbeitet. Deshalb möchte ich jetzt als erstes mal so ein bisschen über die Cycle gehen. Das ist kein kompletter Cycle, weil es eben nur drei Hexen gibt und nicht fünf. Trotzdem hier Ariad of the Charmed Apple, eins schwarz-weiß für einen 2-4 Legendary Human Warlord, natürlich Mythic. Each creature that's enchanted by an Aura you control can't attack you or a Planeswalker you control. Also jede Aura ist zusätzlich noch ein Pazifismus. Naja, jetzt könnte man sagen, ja gut, ich meine, wann lege ich Auras auf den Gegner oder so? Roll Token? Ich meine, ich gebe dem Gegner eine Rolle und dann kann sie mich nie mehr angreifen? Fair. At the beginning of your endstep, each opponent loses X life and you gain X life, where X is the number of Auras you control. Ach so, du kannst mich nicht mehr angreifen und in jedem endstep drain ich dich dann auch noch, so dass du auf jeden Fall das Spiel verlieren wirst und du so langsam ausgesqueesed wirst. Ziemlich nice. Fürs Limited toll, auch ein gutes Deadline in Schwarz-Weiß, 3-Männer-2-4, ob sie jetzt irgendwie in Auras im Constructed gespielt wird, weiß ich nicht. Aber ein toller Flavor, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und auch eine schöne Karte und auch ein schöner Build-Around. Kann man vielleicht was mitmachen. Als nächstes haben wir Hilda of the Icy Crown. Für mich Early Frontrunner für beste Limited-Karte im Set. Zwei Blau-Weiß für ein 3-4 Legendary Human Warlock. Whenever you tap an untapped creature and opponent controls, you may pay one. When you do, choose one. Hier sei nochmal eben klargemacht, der Blau-Weiße Archetyp ist Tempo-Stun den Gegner. Also sorg dafür, dass die gegnerischen Kreaturen getappt werden. Die Multicolor Ankammen tappt nämlich auch eine Kreatur beim Gegner mit einer Stun-Counter. Und immer wenn du eine gegnerische Kreatur tappst, ziehst du eine Karte. Also Blau-Weiß, das Thema, eine Kreatur vom Gegner zu tappen, wird halt unterstützt. Sonst wäre das ein bisschen shaky, den Trigger zu bekommen, aber dann geht's schon. Naja, was passiert denn dann? Was darf ich dann? Entweder kriege ich einen 4-4er, ich packe eine Plus-1-Plus-1-Marke auf jede Kreatur von mir oder ich scrye 2 und draw eine Karte. Ja, also Hilda möchte man im Pre-Release aufmachen, Ladies and Gentlemen. Hilda ist ziemlich kaputt. Constructed wahrscheinlich eher weniger relevant, weil man dann nicht so dieses Stun-Thema benutzen kann. Stellt euch vor, ihr spielt gegen ein Control-Deck, der Gegner hat keine Kreaturen, ja, dann bringt Hilda halt nichts. Im Limited werden die meisten Spiele eben durch Kreaturen entschieden, dementsprechend Hilda absolut bonkers. Und als letzte der drei Hexen haben wir noch Agatha of the Vile Cauldron. Der Cauldron ist auch schon gespoilt, den stelle ich euch gleich vor. Rot-Grün für eine 1-1, Legendary Human Warlock, Mythic natürlich. Activated Ability of Creatures you control cost X less to cast, to activate, Entschuldigung, where X is Agatha of the Vile Cauldron's power. This effect can't reduce the mana in that cost to less than one mana. Ja, außerdem 4 Rot-Grün, Other Creatures you control get plus 1, plus 1 and gain trample and haste until end of turn. Ja, das ist eher so ein Build-Around, ne? 2 Mana 1, 1 mit einer marginalen Ability ist jetzt nicht so super stark. Ich meine, wir können für 5 Mana eben diese Ability nutzen, weil auch ihre Activated Abilities werden durch ihre Static Ability günstiger. Aber ich meine, wenn wir sie ein bisschen buffen oder so, dann kann das vielleicht relevant werden. Ich finde sie jetzt auf einer Limited-Ebene nicht ganz so stark, aber ich glaube, wenn man ein Activated Abilities Constructed Deck um sie herum baut, kann das ganz gut werden. Und sie hat halt wie gesagt auch einfach schon ihren Cauldron gespoilt. Der ist auch ein Mythic Legendary Artefakt für 2 Mana. You may spend Mana as so it will Mana of any color to activate the Abilities of Creatures you control. Das passt ja richtig gut zu Agatha. Creatures you control with plus 1, plus 1 counters on them have all activated Abilities of all Creature Cards excite with Agatha's Soul Cauldron. Das passt ja hervorragend zu Agatha. Tap Exile Target Card from a graveyard. When a creature card is acted this way, put a plus 1, plus 1 counter on target creature you control. Das passt ja hervorragend zu Agatha. Generell toller Flavor. Also Agatha hat hier diesen Soul Cauldron. Sie nimmt halt Sachen aus dem Graveyard, packt den als Zutaten mit in diesen Cauldron rein und wer davon trinkt, der wird stärker und bekommt die Fähigkeiten der Kreatur, die in dem Trank drin war. Flavor mäßig, also ein absoluter toller Hexenkessel. Bin ich sehr, sehr, sehr begeistert von. Ob die im Limited jetzt so stark sein wird, sei mal dahingestellt, weil man muss halt eben Kreaturen im Grave haben. Das passiert im Limited nicht so viel. Natürlich, vielleicht wird irgendjemand irgendwann das Agatha-Meme-Deck bauen und Agatha und die Soul Cauldron in einem Limited-Deck haben und vielleicht wird er komplett ausrasten. Es ist flavor-mäßig ganz cool, dass jetzt für so eine Karte, die so semi-powerful Mythic-Slot benutzt wurde, bin ich jetzt nicht so super zufrieden mit, aber naja, das sei mal dahingestellt. Wir haben einen weiteren Cycle und zwar Man-Lands. Ich glaube, wir kennen noch nicht alle Man-Lands zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber unter anderem kennen wir die Absahn-Lands, also schwarz-grün und weiß-schwarz. Restless Cottage ist ein Land, kommt getappt ins Spiel, erzeugt schwarz oder grün und für vier Mana machen wir es zu einem 4-4 Black & Green Horror Creature Token an the Land of Tern, außerdem ist es immer noch ein Land. Whenever Restless Cottage attacks, create a Food Token and exile up to one Target card from a graveyard. Ist ein Duel Land, kommt getappt ins Spiel, okay, aber ist ein Duel Land und kann für vier Mana, beziehungsweise respektive für fünf Mana, weil es muss ja selber noch angreifen können, zu einem 4-4er werden, der dir life gaint und der dir tatsächlich, oder der auch Graveyard hate ist. Ich finde die Karte nicht wesentlich schlechter als Hive of the Eye Tyrant, vielleicht in manchen Decks sogar besser als Hive of the Eye Tyrant und das ist eine Karte, die relativ viel sogar bis runter ins Modern gespielt wird. Warum sollte Restless Cottage da nicht auch hinkommen? Ich finde die Karte super gut. Wir haben noch das Restless Fortress, das ist die schwarz-weiße Variante, die kann für zwei schwarz-weiß zu einer 1-4 White and Black Nightmare Creature werden, it's still a land. Außerdem, immer wenn Restless Fortress attacks, Defending Player loses two life and you gain two life. Ja, das ist ein bisschen schlechter als 4-4, ein 1-4er Brawl jetzt nicht so gut und kann sehr gut tot geblockt werden. Ein 4-4er ist schon problematischer. Das Drain 2 life, das ist ganz nett, aber da würde ich auch lieber einen Food Token machen und mit dem Graveyard vom Gegner herum experimentieren. Restless Fortress für mich von den beiden auf jeden Fall die schlechtere Variante. Ich bin mal auf die anderen Restless Lands gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass die alle Restless heißen, weil die beiden jetzt Restless heißen, also von daher. Wir haben Callan, The Fae-Blooded. Ich weiß nicht, ich habe Gerüchten, Gerüchten zu folgen. Ist das der Sohn von Oko? Ich weiß hier aber nichts. Da möchte ich jetzt auch keine Debatte anstoßen. Ist auf jeden Fall relativ powerful und scheint eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Story zu haben. Callan, The Fae-Blooded, 3 Mana, 2-2, Legendary Human Fairy, mit Human Fairy, also so ein Halbblut. 2-2, Double Strike. Other creatures you control get plus one, plus zero for each aura and equipment attached to Callan, The Fae-Blooded. Und hat natürlich auch ein Adventure. Birthright Boon, eins und ein weißes für eine Sorsery. Search a library for an Aura or Equipment Card, reveal it, put it into your hand and shuffle. Aha, er kann sich also selber schon mal eine Sache raussuchen. Und das muss ja nicht unbedingt, also eine Aura könnte zum Beispiel auch Ossification sein. Ossification ist auch eine Aura, ja. Also er kann auch ein Removal raussuchen. Natürlich ist es vielleicht besser, eine Aura für ihn rauszusuchen oder Equipment für ihn rauszusuchen, damit die anderen Kreaturen stärker werden. Aber Base Power und Toughness ist ja erstmal 3 Mana, 4-2. 3 Mana, 4-2, der Card Advantage macht. Also die Karte ist super busted. Ich bin mal gespannt, ob die rot-weiße Equipment Stack stärker macht. Vielleicht wird die sogar in einem Hammer Deck in Pioneer gespielt oder so. Ich meine, es sucht halt immerhin einfach ganz entspannt für 2 Mana den Hammer raus und ist auch noch eine Kreatur dabei und die ist noch nicht mal schlecht. Mit dem Hammer alleine keilt die schon, weil durch Double Strike ist die Kreatur dann halt 12-12. Also Callum the Fae-Blooded scheint eine sehr wichtige Karte zu sein und auch gleichzeitig noch eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Und jetzt kommen wir zur Karte, die hat mein Mind absolut geblown. Also wir sehen hier Rowan und wir sehen gleich auch noch Will, also die Royal Siblings. Rowan, Sign of War, 1 Schwarz-Rot für einen 4-2 Legendary Human Withered mit Mythic mit Menace und Tab Spells you cast this turn that are black and or red cost X less to cast where X is the amount of life you've lost this turn. Activate only as a Sorcery. Na ja, also Leben verlieren ist nicht so schwierig. Ich kann sowas machen wie ich spiele eine Blood Crypt, also ein Shockland Untapped oder ich spiele ein Sortsis und dann habe ich zwei Leben verloren und wenn ich dann mit einer Blood Crypt das mache, dann habe ich vier Leben verloren und dann kann ich Rowan tappen und alle meine Spells kosten vier weniger. Dann kann ich für ein Mana einen Feuerball für vier casten oder für zwei Mana zwei Feuerbälle für vier oder so, weil jeder Spell vier Mana weniger kostet. Die Karte hat das Potenzial absolut gebrochen zu werden. Ich bin ein Riesenfan von Rowan und finde sie super, super, super stark. Vier Mana, vier Power, äh, drei Mana, vier Power Menace kann auch einfach mal brawlen gehen. Also wenn jetzt keine besonderen Spells da sind, dann gehe ich halt einfach kloppen mit Rowan und wenn geile Spells da sind, dann sorge ich halt dafür, dass ich Leben verliere. Also das ist ein sehr, sehr easy Build Around, der potenziell einfach maximal broken ist. Leider ist das Pendant Will die Asorius Variante ein bisschen schlechter. Ist aber, also passt natürlich, ne, ist drei Mana, zwei, vier Vigilance, auch ein Human Wizard, Legendary Mythic und Tap Spells you cast this turn that are white and or blue cost X less to cast where X is the amount of life you've gained this turn, activate only as a sorcery. Das Problem an Magic ist, Life Loss kriegen wir in der Regel kostenlos. Wir spielen eine Blood Crypt, wir spielen ein Thought Seas oder was auch immer. Life Loss können wir ganz gut hinkriegen, ohne dafür Mana zu bezahlen. Life Gain ohne Mana zu bezahlen ist schon ein bisschen schwieriger. Das bedeutet, Will hat es potenziell ein bisschen schwieriger gebrochen zu werden. Dafür ist natürlich Vigilance die klar bessere Ability auf einer Karte, die getappt werden muss für den Effekt. Also Rowan greift entweder an oder macht das, Will kann angreifen und zusätzlich noch diesen Effekt haben. Dennoch ist Life Gain halt wesentlich schwieriger zu erzielen oder mit höheren Mana Kosten verbunden als Life Loss. Deshalb für mich Will die fairere Variante von den beiden Geschwistern, muss ich hier an der Stelle ganz klar sagen. Okay, ich möchte euch noch ein paar andere sehr, sehr, sehr starke Karten vorstellen. Da ist zum anderen, ich kann dir nicht alle Karten vorstellen, weil sonst wird das Video zu lagen. Nur mal so als Beispiel, Questing Beast ist jetzt eine Uncoming geworden. Naja, nicht wirklich, aber es gibt eine Karte, die ist 4 Mana, 4, 4 Vigilance und wenn man eine Karte im Exil hat, also eine Adventure Karte, dann hat sie Haste und das ist eine Uncoming. 4, 4 Vigilance, Haste. Just saying, ist eine Uncoming. Aber auch Calus Sellsword ist auch keine schlechte Karte. 2 Mana, 2, 2 Human Soldier, Uncoming. Ich mache erstmal den normalen Text. Calus Sellsword enters the battlefield with a plus-on-plus-on-counter on it for each creature that died under your control this turn. Ist also ein 2 Drop, 2 Mana, 2, 2 ist solide oder er kommt später, wenn wir vorher so ein bisschen gebrault haben, keine Ahnung, ich greife mit zwei Kreaturen an, der Gegner blockt mit zwei Kreaturen, ich spiele den als vier Vierer. Nicht schlecht, aber wir haben noch Burn Together, ein Adventure als Sorcery. Target creature you control deals damage equal to its power to any other target than sacrifice it. Also hier haben wir so eine Art Fling-Effekt für 1 Mana. Das ist ein Fling auf einer 2 Mana, 2, 2 Kreatur, die auch noch davon profitiert, wenn Kreaturen von dir sterben. Ich habe hier so einen 4, 4er, ja, den schieße ich dir an den Kopf und dann lege ich den für 2 Mana noch hin, dann ist er 3, 3, keine Ahnung, super starke Karte, super versatil, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die in rot-schwarzen Constructed Decks gespielt wird und rot-schwarz hat ja noch nicht genug Support. Deshalb muss man halt so Karten wie Rowan und Calus Sellsword drucken und dieser neue Drache, den habe ich hier glaube ich auch gar nicht drin, der ist auch komplett busted. Da gibt es nämlich auch einen Rare Drachen, der 4, 4 Flying ist und Trample und macht Treasure Token und der hat ein schwarzes Instant Adventure, das eben auch noch Karten zieht und so, mega gut. Ambreth Veteran, wo wir hier von guten Karten reden, noch eine weitere gute in rot, ein rotes Mana für ein 2, 1 Human Knight ankommen, für ein Sacrifice Ambreth Veteran create a Young Hero Role Token attached to another Target Creature. Hier nochmal in Klammern erklärt, was die Young Hero Role macht. If you control another role on it, put that one into your graveyard. Enchanted Creature has, whenever this creature attacks, if its toughness is 3 or less, put a plus 1 plus 1 Counter on it. Das ist ein 1 Mana 2 Power Kreatur, die, wenn sie sterben sollte oder wenn es irgendwie besser ist, sich auflösen kann in eine Young Hero Role, die einer anderen Kreatur ein Enchantment gibt, das dann, wenn sie angreift, eine plus 1 plus 1 Marke verteilt, solange ihre toughness 3 oder weniger ist, was in mono rot jetzt kein großes Problem ist. Zusätzlich haben wir dann eine Sacrifice Ability, also das profitiert davon, wenn Kreaturen sterben oder gesacrificed werden. Außerdem kommt dann ein neues Enchantment ins Spiel. Da ist so viel Cardboard drauf, weil diese Role Token halt einfach eben auch Enchantments sind. Es triggert ETB-Effekte. Die Karte ist, glaube ich, auch sehr, 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 sehr gut. Als nächstes haben wir einen Reprint, den ich auch sehr gut finde, den Glass Casket. Der war auch damals im ursprünglichen Enchantment ziemlich gut, hat auch seinen Auftritt im Constructed gefunden. Eins und ein Weißes für ein Artefakt. Ein Glass Casket enters the battlefield, Exile-Tile, Creature and Opponent controls its mana value 3 or less until Glass Casket leaves the battlefield. Ist einfach ein kleiner Oblivion Ring als Artefakt, triggert ETB-Effekte für Artefakte und sorgt halt dafür, dass das Kleinstleuch vom Gegner stirbt. Ist eine gute Limited-Karte, wurde aber auch schon in diversen weißen Standard-Decks gespielt. Ist, glaube ich, einfach wirklich solide. Wir haben noch Moonshaker Cavalry. Die Karte ist auch schon etwas älter, aber die wollte ich auch mit reinnehmen, weil, ich meine, wenn schon mal ein neues Crater-Hoof Behemoths gespoilt wird, dann muss man es halt auch mitnehmen. Moonshaker Cavalry. 5 weiß, weiß, weiß für einen 6-6 Spirit Knight Mythic Flying when Moonshaker Cavalry enters the battlefield. Creatures you control gain Flying and get plus X plus X until end of turn where X ist the number of creatures you control. Angenommen, du hast noch eine weitere Kreatur liegen, dann ist Moonshaker Cavalry ein 6-6er, der eine andere Kreatur plus 3, plus 2 in Flying gibt. Wenn da zwei Kreaturen liegen, dann gibst du zwei Kreaturen von dir plus 3, plus 3 und Flying. Die Karte entscheidet Spiele sofort. Insbesondere relevant natürlich auch für Reanimator-Strategien. Also ich meine, Kreator of Behemoth wird selten hart gecastet, lieber genatural ordert oder, keine Ahnung, irgendwie durch irgendeinen Spell aus dem Graveyard ins Spiel gebracht, sodass man nicht die vollen Kosten bezahlen muss. Und Moonshaker Cavalry ist halt nichts anderes. Ich würde behaupten, dass das Haste auf Kreator of Behemoth zusammen mit dem Trample in Summe ein bisschen besser ist. Aber Kreator of Behemoth ist auch eine der besten grünen Kreaturen, die jemals gedruckt wurden. Und dann kann Moonshaker Cavalry auch ein bisschen schlechter sein und immer noch potenziell broken. Realm Scorcher Hellkite Drachen, was, ich meine, was wäre ein Fee in, keine Ahnung, ein Märchenset ohne Drachen? Wir haben ja tatsächlich mehrere Drachen. Realm Scorcher Hellkite ist 4, rot-rot für einen 4-6-Dragon Mythic mit Bargain. Also wir können wieder etwas opfern, ein Artefakt, ein Enchantment oder ein Token. Hat Flying und Haste. 6 Mana, 4-6 Flying, Haste ist okay. Wenn Realm Scorcher Hellkite enters the benefit, if it was Bargain, add 4 Mana in any combination of colors. Naja, okay. Das ist okay, aber man muss halt sozusagen die 6 Mana schon haben. Also wenn man auf 5 Mana steht, dann bringt einem das nachträgliche Mana auch nichts, wenn man ihn nicht hardcasten kann. Und für 2 Mana können wir einen Schaden irgendwo hinschießen. Das ist dann natürlich gut, wenn wir nichts anderes mit den 4 Mana zu tun haben, die wir bekommen, wenn wir den Bargain. Also ich meine, ein 6 Mana, 4-6 Flying, Haste ist solide. Ein 6 Mana, 4-6 Flying, Haste, der irgendeinen Schrott opfert, damit wir 4 Mana kriegen und damit dann at least 2 Schaden schießen, ist auf jeden Fall auch super. Aber ich glaube, im Constructed nicht so relevant, aber ist einfach eine gute Karte und ihr solltet eure Augen aufmachen, wenn ihr die im Limited aufmacht, weil ich glaube, im Seed ist sie ziemlich, ziemlich, ziemlich nice. Ja, und dann kommen wir noch zu 2 Karten, die wir nicht lesen können. Glücklicherweise habe ich die Übersetzung direkt hier parat. Das erste ist quasi ein Sorsis für Feen. Ein schwarzes Mana, Sorcery, Target Player reveals the hand, you choose a non-land card from it, that player discards that card. Then exile the card from your hand if you don't control a fairy. Ist also natürlich, wenn man keine Feen hat, wesentlich schlechter als Thorzies, weil beim Thorzies muss man nur 2 Leben bezahlen, hier muss man eine Karte abgeben, aber wenn man Feen hat, dann ist die Karte halt besser als Thorzies. Natürlich hat man Turn 1 keine Feen, also Turn 1 Thorzies ist halt immer noch das bessere Play, aber wenn man Turn 1 eine Feen legt und Turn 2 dann bessere Thorzies hat, ist das schon ziemlich nice. Ich glaube, sollte Feen für Constructed relevant werden, ich weiß nicht, ob sie jetzt für Pioneer oder Modern relevant werden, aber zumindest für Standard kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der Support doch da ist, dann ist das auf jeden Fall eine relativ gute Hand Disruption Karte. Und als letzte Karte möchte ich euch noch auch noch vorstellen, kann man auch nicht lesen, ist irgendwie ein Werefox Bodyguard, 1 Weiß Weiß für ein 2-2 Fox Knight Rare, der hat Flash, Instant Speed, when Werefox Bodyguard enters the battlefield, you may exile up to one target non-Fox creature until Werefox Bodyguard leaves the battlefield, also ist quasi so ein Instant Speed Skyclap Apparition, also gut, aber jetzt allerdings nur für Kreaturen, aber trotzdem schon sehr, sehr stark, hier wieder eine Human, ich weiß nicht, wie der Human heißt, der flippt, aber so wie der Human, der flippt, nur mit Flash und eins und ein Weißes, Sacrifice Werefox Bodyguard, you gain two life. Das verstehe ich jetzt nicht so hundertprozentig, weil eigentlich wird es ja reichen, wenn man einen Flash Remove a Spell auf einer Kreatur hat, warum der sich jetzt noch opfern kann für zwei Leben, okay, aber ich meine, er hat halt auch nicht diese Klausel, dass er zum Beispiel früher, früher zum Beispiel bei Fiend Hunter, als ganz, ganz alte Karte, da gab es, da waren diese ETB Exile und Leaves the Battlefield bringt die Karte zurück, waren zwei verschiedene Trigger sozusagen und man konnte dann halt relativ geschickt irgendwie eine Kreatur spielen, den ETB Trigger auf den Stack legen, die Karte, die Karte selber opfern zum Beispiel, dann ist halt der Leaves the Battlefield Trigger resolved, aber da war noch gar keine Kreatur drin und dann kommt der ETB Effekt und dann wird die Kreatur noch geexiled. Das geht heutzutage nicht mehr, ähm, das war früher so die Möglichkeit, wie man so ein bisschen tricksen konnte mit diesen Oblivion Ring Effekten, das geht jetzt nicht mehr, weil die anders gewordet sind, dementsprechend verstehe ich die Sacrifice Ability auch nicht, wenn der jetzt alt gewordet wäre, dann könnte man sowas sagen wie, ich spiele den mit Flash, ich lege den ETB Exile dir auf den Stack, ich opfere diese Kreatur, der verlasst das Battlefield, ich bringe die Kreatur zurück, Trigger geht auf den Stack, da ist aber noch keine Kreatur, ich kriege meine zwei Leben und dann kommt der ETB Effekt und ich exile die Kreatur und die ist für immer geexiled. Das geht aber nicht mehr, das haben sie seit ein paar Jahren geändert, deshalb verstehe ich nicht so ganz, warum da die Sacrifice Ability drauf ist, trotzdem eine sehr, sehr, sehr starke Karte. Jetzt komme ich noch zum Abschluss, weil ich doch jetzt sehr, sehr lange über viele Karten geredet habe, komme ich jetzt zum Abschluss noch ein paar, zu ein paar sehr witzigen Karten. Sir Ginger, The Meal Ender darf natürlich nicht fehlen, Gingerbread Cookie Lady ist ziemlich sauer, weil Gingerbread Man einfach von Garruk gefuttert wurde und das sieht man hier auch. Zwei Mana, drei, eins, Legendary Artifact Creature, Food Knight, rare, geile Type, geile Type, dann jetzt schon mal. Sir Ginger, The Meal Ender heißt Trample, Hexproof and Haste, as long as an opponent controls a Planeswalker, insbesondere wenn der Gegner Garruk kontrolliert, dann wird Sir Ginger nämlich richtig sauer. Whenever another Artifact you control is put into your graveyard from the battlefield, put a plus und plus one Counter on Sir Ginger and Scry one. außerdem zwei Tab, Sacrifice Sir Ginger, you gain life, equal to its power. Hat also in gewisser Weise die Food Ability, auch wenn es nicht ganz wie die Food Token Ability gewordet ist, aber die Karte ist nicht schlecht. Zwei Mana, drei, eins, kann halt sehr gut Planeswalker pressuren, also vielleicht sogar im Modern relevant, wenn der Gegner möglicherweise mal einen Drain and Six oder sowas spielen sollte, hat Hexproof, Haste und Trample. Das ist schon ziemlich krass und immer wenn ein Artefakt in den Graveyard gelegt wird, das können ja auch Null Mana Artefakte sein, Mishra's Bobble oder sowas, können wir da eine Marke drauflegen. Sir Ginger and Meal Ender würde ich hier, ist zwar ein Meme, aber kann durchaus powerful sein. Tough Cookie, nicht ganz so stark, aber auch einfach ein geiler Name. Zwei Mana 2, zwei für einen Food Golem, Uncoming, wenn er das Battle Feet betritt, machen wir auch noch einen Food, also quasi Doppelfood. Für zwei und ein grünes Target Non-Creature Artifact, you control, becomes a four for Artifact Creature until the end of turn. Wir können also aus Food Token richtige Brawler machen und für zwei Tab, Sacrifice Tough Cookie, you gain three life. Also die Food Ability ist natürlich auch auf Tough Cookie mit drauf. Schöne Karte. Ich fände es sehr schön, dass sie dieses Lebkuchengedöns auch wieder umgesetzt haben in der zweiten Iteration von LJ. Ja, was natürlich, das war auf der Doubling Season schon abgebildet, da verstehe ich, da weiß ich nicht, da könnt ihr mich vielleicht mal so ein bisschen updaten, was die Story hinter der Goose Mother ist. Einfach auch eine witzige Karte, weil sowas passt halt visuell erstmal überhaupt nicht zusammen, aber die werden sich sicherlich Gedanken gemacht und haben zu einer X-Blau-Grün 2, 2 Legendary Bird Hydra, die rare ist, mit Flying. The Goose Mother enters the battlefield with X plus 1 plus 1 counters on end. When the Goose Mother enters the battlefield, create half X food tokens rounded up. Whenever the Goose Mother attacks, you may sacrifice the food if you do draw a card. Im Limited natürlich komplett busted und erinnert so ein bisschen an Hydroid Crises aus dem letzten Raphnikar. Hydroid Crises ist wesentlich besser, weil man sofort, weil es ein Cast Trigger ist, ja, also man bekommt auf jeden Fall die Karten, selbst wenn die Karte gecountert wird und man bekommt halt die Karten und das Leben sofort. Dafür bekommt man weniger Leben und weniger Karten in Summe, wenn das Spiel länger geht, kann man mehr Value aus der Goose Mother ziehen und sie ist halt auch ein bisschen stärker. Also Hydroid Crises wäre bei 6 Mana 4,4 und the Goose Mother ist bei 6 Mana eben 6,6 Flying. Hat aber dafür keinen Trample. Also, es hat alles so Vor- und Nachteile. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, was die Goose Mother, wo die Story dahinter ist. Trotzdem, auch im Limited absolute Bombe und beschließen möchte ich das Ganze mit meiner absoluten Lieblings-Type-Line. Regal Bunnycorn Eins und ein Weißes für ein Sternchen, Sternchen, Rabbit, Unicorn? What? Ist rare und hat einen sehr simplen Text. Regal Bunnycorns power and toughness are each equal to the number of non-land permanents you control. Und der Flavortext it's entirely peaceful as long as you don't try to pet it. Pen it, take its foot, take its height, sit on its grass or dress it up in colorful garb for human holidays. Regal Bunnycorn wundervolle Time-Zeit und damit möchte ich die Spoilershow Nummer 1 beschließen. Lasst mich gerne wissen, was euer erster Eindruck von Wilds of Adrain ist, welche Karten ihr vielleicht nochmal gerne vorgestellt haben möchtet. Wie gesagt, ich habe jetzt alle Spoiler, die bis einschließlich Mittwochabend erschienen sind. mit reingenommen. Es wird sicherlich noch ein Teil 2 geben. Vielleicht gibt es auch noch ein großes Finale der Wilds of Adrain Spoilershow. Aber jetzt habe ich euch genug voll gelabert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.